. Keine Zeit zum Durchschnaufen für die zweite von Borussia Dortmund. Drei Tage nach dem Sieg beim Bonner SC der Spitzenreiter der Regionalliga West bei Fortuna Düsseldorf gefordert. Nicht mit dabei im Paulianis-Stadion der verletzte Ceylan Duman. Es sind harte und entscheidende Wochen für den BVB. Und gerade die zweite Mannschaft von Düsseldorf sah in dieser Saison nicht immer schlecht aus. Gegen die Top-Teams haben 3-0 gegen Rot-Weiß Essen gewonnen. Und auch im Hinspiel gegen Dortmund gab es ein Unentschieden. Düsseldorf in Weiß das erste Mal Gefahr für den Dortmunder Kasten. Eher zufällig nach diesem Querschläger von Ercan. Die Hausherren sechs Spiele ohne Niederlage und mit zwei Wochen ohne Spiel zuletzt. Dementsprechend ausgeruht und mit ordentlich Selbstvertrauen im Tank Lobinger. Mit viel Risiko und mit der nächsten Gelegenheit. Knapp 20 Minuten rum Schiedsrichter Martin Olankiewicz mit dem Pfiff. Und es gibt Strafstoß für Borussia Dortmund vorausgegangen. Dieser Einwurf, dieser etwas ungeschickte Kontakt an Richmond Taschi. Tobias Raschl übernimmt und macht ihn. Dortmund nutzt die erste richtig große Gelegenheit sofort. Nicht viel zu sehen von der gefürchteten schwarz-gelben Offensive bis zu diesem Moment. Aber so ein Geschenk nehmen sie natürlich dankend an. Der Strafstoß irgendwo im weiten Feld zwischen ausgeguckt und bessere Rückgabe. Raschl wird das zu Recht vollkommen egal sein. Und so also die Dortmunder zur Halbzeit vorne bei Enrico Maaßen und seinem Team. Läuft's derzeit einfach. Zu Beginn von Durchgang zwei ähnliche Bilder wie in Abschnitt eins. Der BVB macht sich's Rainer selber schwer. Weigelt auf den eigenen Kasten und Luca Unbehauen kratzt den so gerade noch von der Linie. Die Dortmunder Offensiv hauptsächlich in Umschaltmomenten gefährlich. Das ist Steffen Tigges, kann alles klar machen. Einmal, zweimal und dreimal. Die Düsseldorfer warfen sich rein, lieferten eine kämpferisch gute Leistung ab. Aber am heutigen Tag war das zu wenig. Denn ansonsten nichts los in einem chancenarmen zweiten Durchgang. Der BVB gewinnt knapp, aber nicht unverdient in Düsseldorf und bleibt also weiterhin auf der Siegerstraße. Wir haben nach der Partie mal bei Trainer Enrico Maaßen nachgefragt, was in diesem Spiel der Schlüssel zum Sieg war. Wir wussten, dass wir auf einen Gegner treffen mit einer hohen Qualität. Wir haben viele schnelle Spieler in der ersten Linie oder in der vordersten Linie. Sie sind ausgeruht gewesen und von daher haben wir gesagt, das Wichtigste ist, dass wir nochmal alles reinhauen. Und das haben wir, glaube ich, von der ersten Minute an getan. Es war ein Spiel mit wenig Tormöglichkeiten. Man hat bei uns schon gemerkt, dass wir müde sind, dass wir ungenau in vielen Situationen waren. Es war ein Spiel geprägt von Umschaltsituationen auf beiden Seiten. Die Windverhältnisse waren auch schwierig, das hat man gesehen. Also das insgesamt natürlich kein großartiges Fußballspiel war, aber von der Intensität war es in Ordnung. Wie gesagt, für uns ging es darum, heute das Spiel zu gewinnen und das haben wir geschafft. Der BVB marschiert also weiter und hatte nach Abpfiff Doppeltgrund zum Jubeln. Denn, wie auch schon unter der Woche, kassierte Aufstiegskonkurrent Rot-Weiß Essen einen ganz späten Treffer. Konnte das Derby bei Rot-Weiß Oberhausen nicht gewinnen und verliert weiter Boden auf Borussia Dortmund. Die haben zwar immer noch ein Spiel mehr als die Essener gespielt, aber eben auch schon neun Punkte Vorsprung. Bei der derzeitigen Formkurve könnte das Meisterschaftsrennen in der Regionalliga schneller als gedacht entschieden sein.